Ich bin Alex Melonas. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich habe einen 12-jährigen Sohn. Ich bin der BITS-Betreuer in Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg. Ich wohne in der Nähe von Mainz und mein Hobby ist Basketball. Ich habe mein Studium in den USA auf Hawaii gemacht. Ich habe ein Diplom in International Business Management gemacht. Danach, bevor Subway, habe ich für eine Unternehmensberatungsfirma in Honolulu, USA gearbeitet. Da war ein Subway-Restaurant in der Nähe von unserem Büro. Es war da fast jeden Tag und in dieser Zeit wollte ich mich selbstständig machen. Ich habe mein erstes Subway in 1999 eröffnet. Ich habe heute acht Subway-Restaurants. Untertitelung des ZDF für funk, 2017